Hallo, Leute, was geht? Hallo zum stinkenden Penner-Podcast. Verbeten verwahrlosen Speck, der ADHS-Podcast, wieder mit voll ausgeprägten ADHS. Weil keine Medikamente anschlagen, wir sind wieder, hallo. Hallo, ich hab jetzt auch offiziell ADHS. Haben wir nicht letzte Woche schon drüber geredet? Ich glaub, ich hab mich noch nicht geoutet. Ich glaub, wir haben immer nur gesagt, wir glauben alle, ich hab ADHS, aber seit zwei Wochen bin ich offiziell diagnostiziert. Jetzt haben wir's beide, die Scheiße. Ja! So wie wenn man zum ersten Mal seine Tage bekommt. Wer hat das so mal gesagt? Du kennst dieses Gefühl, oder? Ich kenn das, ja. Naja, aber ich bluthoff auf dem Po. Das ist ungefähr das Gleiche. Wer hat denn das nochmal erzählt? Irgendjemand hat gesagt, oh, ich hab Tage. Und dann meinte die Mutter irgendwie so, ah ja, jetzt hast du dir die Scheiße auch. Irgendjemand hat mir das mal erzählt. Oder war das in irgendeiner Show? Das war bestimmt in irgendeinem, in irgendwas, komischem was, wenn du da guckst. Ja, jetzt hast du die Scheiße auch, regeil. Leute, Double ADHS. Geiler Folgentitel da. Das stimmt. Direkt am Anfang hier. ADHS hoch zwei, ey. Boys and Girls, was geht denn ab? Was geht ab? Wir sind wieder da. Meine Pflanzen duschen öfter als ich, die Schinkran in der Dusche. Hab ich schon gesehen, stimmt. Ich hab jetzt abwechselnd mal die Hände gewaschen, als die reinkamen. Wir haben ja ein paar Pflanzen da gesehen. Das stimmt. Und du wieder völlig verfettet. Ja, wirklich, ey. Mir geht's gar nicht gut. Ja. Er fährt den obdachlosen Look hier. Warum nicht? Zum Glück ist das ein Podcast. Ja. Die YouTube-Videos kriegen nicht so viele Views. Ja, stimmt. Aber man kann auch bei Spotify das Video gucken. Ah, stimmt. Scheibdreck, ey. Naja. Ist okay. Heute Abend wird geduscht, ich schwöre euch. Und wir bauen ja eigentlich auch auf TikTok-Clips oder so. Ja. Ich wirklich, sobald ich mein Leben im Griff hab. Kein Problem. Sobald ich die richtigen Tabletten hab, ich mach das. Dann starten wir richtig durch. Ja. Demnächst starten wir richtig durch mit unseren Clips, ja. Ja, Funfact. Ich hab ADHS-Tabletten gekriegt und die haben mich komplett ausgenockt. Zwei Tage lang. Ich bin einfach gestorben. Ich hatte, also, tatsächlich konnte ich mich für ein paar Stunden richtig gut konzentrieren. Also, ich hab keine Stimmen mehr im Kopf gehört. Wenn ich ein normales ADHS-Tabletten habe. Die dir befehlen, andere Leute zu töten oder irgendwie sowas. Sind es solche Stimmen? Nee. Trau ihm nicht. Nein. Er lügt dich an. Nee, aber im Kopf war es einfach so still. Es war noch nie still in meinem Kopf. Beschreib mal die Stimmen, wir müssen uns was vorstellen. Wer spricht da mit dir? Bist du das selbst? Ich selber. Ich hör mich einfach so ganz viel so die ganze Zeit so. Und dann wolltest du noch deine Pflanzen duschen. Und dann wolltest du noch zu Rossmann. Und dann wolltest du noch die Wäsche aufhängen. Während ich irgendwas mache. Das ist ja eine Horror. Ja, wirklich. Mein Gott, ey. Das ist, als würdest du mit dir selbst einen Podcast aufnehmen, ey. Ja, das ist wirklich so. Jetzt weiß ich mal, wie ich mich fühle, ey. Katastrophe jedes Mal hier, ey. Das ist, wenn man hier drei Folgen verwirrt und verwahrlost auf doppelter Geschwindigkeit gleichzeitig anmacht. Ja, stimmt. Aber, und dann am Sonntag war es auf einmal still und ich war so, wow. Krass. Stille einfach, ja. Stille. Und ich glaube, ich konnte, also, es ist nicht, dass ich mich besser konzentrieren konnte wegen den Tabletten, sondern ich glaube, ich konnte mich wegen der Stille besser konzentrieren. Ja, weil endlich mal einer sein Maul hält. Ja, weil ich endlich mal meine Fresse gehalten habe, ey. Ja, dann ging es mir den ganzen Tag über richtig wunderschön und dann abends dachte ich, ich muss den Notanzug umrufen, ey. Okay, was heißt denn erstmal, du konntest dich besser konzentrieren? Was hast du direkt gemacht? Ich habe Bachelorarbeit geschrieben, drei Stunden lang. Ja. Ja. Und da kam auch was bei raus? Da kam richtig was bei raus, ey. Oder hast du es nachher so nüchtern gelesen? Das war nur so Kauderwälfte, wie wenn man so völlig bekifft, ey. Glaubt, man hätte eine gute Idee, man schreibt so einen Song oder so. Dann hört man sich den nachher an und dann klingt der so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, es hat tatsächlich funktioniert auch. Ah, okay. Das war ganz normal, ja. Geiles Material. Und ich habe an dem Tag voll viel geschafft auch, weil normalerweise, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt motiviert, ich könnte jetzt was schaffen, dann muss ich wirklich alles, keine Ahnung, wie lange das hält, halbe Stunde, Stunde, dann packe ich da so viel Dinge rein und dann mache ich Wäsche und ich sauge und ich wische und ich putze die Fenster und sowas alles. Ja, das klappt doch sonst eigentlich auch ganz gut. Ja, genau. Zu sauber machen, das ist doch so dein Ding. Ja, genau. Und ich mache das dann in einem Zeitraum von, keine Ahnung, 90 Minuten, ballere ich das alles durch, aber an dem Tag hätte ich das egal wann machen können, ohne Zeitdruck. Ich hätte es einfach machen können, ohne Probleme. Aber ja. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, anscheinend machen die Tabletten Kopfschmerzen, aber du kannst dich gut konzentrieren und die Bachelorarbeit muss aber leider fertig werden. Ja. Wäre das nicht eine Option, so hin und wieder mal die Kopfschmerzen zu akzeptieren, um mit dem Bachelor ein bisschen vorwärts zu kommen? Ja, also tatsächlich hatte ich nicht nur Kopfschmerzen. Das Hirnaneurysma halt riskieren, nein. Also ich hatte richtig eine Migräneattacke mit so Schüttelfrost. Ich habe noch nie so krass gezittert in meinem Leben. Scheiße. Ich habe so richtig, mein Körper sich so hin und her bewegt. Ich so, was passiert hier? Nee, ich hatte, mir war richtig schlecht. Ich bin dann nachts irgendwann zum Klo gerannt, weil ich dachte, ich werde mich jetzt hier übergeben. Habe dann so zitternd vom Klo gesessen, wie so ein, ja, wie in Amsterdam, als ich meinen Sonnenstich hatte. Ich dachte auch wirklich ein paar Minuten lang, habe ich jetzt einen Sonnenstich, weil es in Hamburg einmal 20 Grad war. Aber nee, ich habe dann wirklich fünf Stunden lang oder so richtig gelitten. Die ganze Nacht. Das war richtig, richtig schlimm. Jetzt willst du mir die Scheiße andrehen. Ja. Ich habe es dann zwei Tage später nochmal genommen. Da war es nicht ganz so schlimm. Mutig beim zweiten Mal. Ging dir da der Stift, bevor du das das zweite Mal... Ja, wirklich, ey. Da ging dir der Stift. Ich dachte halt so, okay, vielleicht war das Zufall. Vielleicht wäre es mir so oder so schlecht gegangen. Vielleicht ist das ja gar nicht von den Tabletten. Und dann habe ich es noch ein zweites Mal genommen. Dann ging es mir auch schlecht. Das ist ein richtig wissenschaftlicher Vorgang. Ja, nochmal. Dann ging es mir auch richtig schlecht, halt viel früher. Und dann dachte ich auch so, eigentlich müsste ich jetzt nochmal nehmen, weil vielleicht war es zweimal Zufall. Eben. Ja, vielleicht nächste Woche nochmal. Vielleicht einfach mal die doppelte Portion das nächste Mal. Ich dachte auch so, ja, ich nehme das einfach an einem Tag, wo es nicht wichtig ist. Also vielleicht mal auch wieder an einem Sonntag oder an einem Samstag oder so, weil ich glaube halt, wenn ich jetzt einen Vollzeit... Oder an einem Montag und an einem Krankenwagen. Wäre auch noch ein Zufall. Aber ich dachte echt so, weil am Dienstag, wo ich die genommen habe, habe ich halt um 15 Uhr komplett flach gelegen. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich jetzt einen Vollzeitjob hätte, wäre das ein Problem. Ein bisschen. Ja. Ja. Mal schauen, was der Doktor sagt. Du nimmst dich auf jeden Fall nicht vor dem Podcast ein. So viel steht fest. Ja. Ja. Ich glaube, wenn wir beide kein ADHS, hätten wir dieser Podcast saulangweilig. Ja, ist echt so. Ey, wir haben es nicht zu erzählen. Wir können das gar nicht auf Tabletten machen. Das bringt gar nichts. Herrlich. Ey, wir wollen irgendwas, was ADHS fördert. Ja. Irgendwie, ich spiele in letzter Zeit so ein bisschen mit den... Also, erst mal muss ich ja sagen, also, du willst ja deine Tabletten offensichtlich loswerden, weil du hast sie dir geholt und du kannst sie nicht mehr einnehmen. Also, wer das meiste bietet, meldet euch. Schreibt mir eine Nachricht. Aber ich habe schon mal, ich habe ja auch ADHS-Tabletten ausprobiert. Bei mir hat nichts gewirkt. Ja. Mein ADHS ist zu stark. Deine Superpower ist ADHS-Man. Ja, ich bin einfach, mein ADHS ist einfach zu kräftig. Nichts hilft. Aber ich glaube, die Tabletten, die kamen mir fremd vor, weil die sind lila. Und ich meine, ich hätte keine lila Tabletten eingenommen. Nee, du hast dir gesagt, das ist ja schul. Und jetzt hat die Jakob der Angebot, du kannst dir die einfach mal reinpfeifen, so auf. Und nicht mit Arzt abgesprochen. Ja, die waren nämlich sau teuer. Könnte sein, dass ich das Angebot annehme. Ja. Kannst du gerne haben. Ich habe natürlich Angst vor den Nebenwirkungen, auch wenn du mir das jetzt hier so breit da legst. Naja, aber wenn dein ADHS so krass ist. Naja, das ist in der Regel stärker, ja. Also wenn ich da Kopfschmerzen von kriege, das wäre cringe. Aber ich muss sagen, eine gute Sache hat es gebracht. Ich versuche ja Influencerin zu werden. Ich habe da einen Tick drüber gemacht. Das hat 70.000 Views. Das ist mein most viewed TikTok. Hat es sich auch in den Follies. Ein bisschen, ja. Ah ja, da kam ein bisschen was dazu. Ein bisschen. Aber die Leute in den Kommentaren, bitte haltet eure Schnauze. Ich kann mir das nicht mehr durchlesen. Das ist wirklich. Die Leute haben wirklich so viele Meinungen. Jeder ist auf einmal Arzt, Psychiater, Therapeut, alles in sich. Apotheker. Man braucht schlechte Comments. Das stimmt, ja. Die Leute diskutieren auch miteinander. Das ist natürlich richtig gut für meinen Algorithmus. Die kacken sich ja die ganze Zeit gegenseitig an. Ja. Mir wurde auch empfohlen, da dachte ich, das ist was für dich. Weißt du, was wir da machen? Wir machen uns noch rein, noch befeuern. Ah. Zurückbeleidigen und sowas. Nächste Diskussion, ne? Nächstes Mal sagst du mir Bescheid, schalte ich mich auch noch mit ein. Ja. So, sorry. Irgendwas für mich, wolltest du noch sagen? Ja, jemand hat, also ein paar Leute waren auch dabei, die so waren, nein, nicht Medikamente nehmen, bla bla bla. Und in dieser Kategorie würde ich auch einordnen in den Kommentar, hast du es schon mal mit Pilzen probiert? Ich wollte es doch gerade sagen. Ich wollte es doch gerade sagen. Also erstmal, es gibt ja Leute, die haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass mit Cannabis, ähm, 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 mit Cannabis selbst therapieren. Ich habe in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Bock, mal was Neues auszuprobieren. Nicht die ganzen normalen Drogen. Und ich bin so, und ich bin so, über so Pilze gestolpert. Wo? Ja, so im Bekanntenkreis, erweiterter Bekanntenkreis. Aha. Also, ich bin noch nicht richtig drüber gestolpert, ich bin über die Optionen gestolpert. Ah, okay. Und, äh, einerseits machen die mir, also, ich bin, ich bin kein großer Drogentyp und so, ne? Ich habe wirklich nur gekifft und sonst nichts. Bist du ein kleiner Drogentyp? Ne, ich habe wirklich nicht viel damit am Hut und so, ne? Und ich habe auch vor vielen Sachen da richtig Schiss und so. Äh, aber was mich am meisten interessieren würde, sind so diese Halluzinogenen-Geschichten und so was. Das ist so wild. Pilze oder LSD oder so. Und ich habe ja gehört, Pilze sind so ein bisschen wie so LSD-Light. Mhm. Weil ich hätte so richtig Schiss, so einen 24-Stunden-Trip zu haben, den mir dann nicht gefällt. Ja. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ne, ich auch nicht. Das, äh, ich stelle mir das dann so vor wie Bianca sein oder so. 14 Stunden. Horror. Horror. Wir machen so Freaky Friday. Nehmen wir beide so Pilze und dann tauschen sich so unsere Körper. Ja. Dann räumst du mal zu Hause meine Wohnung auf, ja. Dann wird mal richtig an der Becke putzt. Und ich gehe mit dem Hund. Richtig langweilig. Richtig langweilig, ja, ey. Dann machen wir einen Podcast zusammen. Richtig unnötig. Spieleabend. Ja, wow. Jedenfalls, ja, an so Pilze, mal so, halt so ein bisschen sowas wie so LSD oder so irgendwie haluzinogener Erfahrung, aber so ein bisschen kürzer, nicht ganz so intensiv. Ich habe auch gehört, man kann das relativ gut abbrechen, wenn man halt viel isst und so. Ah. Und ich weiß aber nicht, ob ich da Schiss vor habe oder nicht. Also ein bisschen, ich habe auf jeden Fall Respekt davon. Kann man nicht so ganz, ganz wenig? Ja, kann man. Also die Leute in meinen TikTok-Kommentaren haben da viel über Mikrodosen gesehen. Ja, ich glaube, da kann man auch Mikrodosen. Ja. Ja, das wäre eine Option. Aber ich will ja gerne, also ich will mich, ich will das nicht nehmen, um mich besser konzentrieren zu können, sondern um… Um Party zu machen. Äh, fliegen zu können. Party machen. Ja. Ja, ich weiß nicht, in welchem Kontext macht man denn sowas? Macht man das in einem, bei sich zu Hause, in einem Zimmer? Braucht man einen Trip-Sitter, habe ich mich auch gefragt. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht beim ersten Mal schon, oder? Ja, ich würde das mit ein paar Kumpels machen. Oder man schließt sich so ein in einem Zimmer. Schließt sich so ein, um sich selbst nicht zu gefährden. Ja. Ja, aber man macht so richtig abgefahrenen Dreck und guckt sich so freaky Filme an. Oder irgendwie sowas. Naja, sag auf jeden Fall Bescheid. Nächster Podcast hier auf ADHS-Medikamenten und Pilze. So ein Cocktail. Einfach beides. Ich war lange mit so Drogenabhängigen gearbeitet, die haben auch oft so Cocktails gemacht, aus so Kokain und Heroin. Ja, das ist quasi das Gleiche. Okay, das ist auch wild, weil das eine ist ja ein Abhaar und das andere ein Downer. Und dann denke ich mir so, hä? Cancelt sich das nicht aus? Nee. Den ist ja gar nichts passiert. Ja, für die war das klasse, ja. Deswegen, ja, ich auf Ritalin und Pilze demnächst. Mhm. Sehen wir uns hier. Wäre das nicht auch was für dich? Nein, ich habe Angst. Pilze. Ja, okay. Und jetzt, ich hatte eigentlich, ich hatte ein bisschen Schiss vor meinen ADHS-Medikamenten. Und jetzt hast du richtig Schiss. Ja, mein Gott, was soll das Schlimmste sein, was passiert? Ja, dann ist tatsächlich was ziemlich Schlimmes passiert. Jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss, die zu nehmen. Jetzt würdest du die nächsten Medikamente dir aber trotzdem wieder unbedarft reinpfeifen oder hast du jetzt Schiss, die nächsten zu probieren? Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall mehr rumdiskutieren mit dem Arzt. Also ich glaube, ich will, dass ich sicher sein kann, dass er sich das ernsthaft angehört hat, Der kann mal schön mit deinen Kommis diskutieren, mit den Leuten da. Ja, wirklich so. Die Leute hier sagen, ich soll, ey, Wahnsinn. Ja. Die Leute sagen, ich hätte mit 5 Milligramm anfangen sollen. Nee, aber, ähm, ja, ich will halt nicht, dass der am Ende sowas sagt wie, ja, du musst es halt jetzt drei Wochen nehmen und dann wird es irgendwann besser. Dann sage ich, nee. Ja, da platzt dir aber wirklich eine Ader im Kopf, ey, bis dahin. Ja. Also, übergeben möchte ich mich halt wirklich nicht. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf. Das ist wirklich mein No-Go. Ja. Also ich glaube, also es sei denn, der kann mir zu 100% versichern, ich nehme das jetzt noch, ich würde es noch dreimal, würde ich es, glaube ich, nehmen. Und wenn es, wenn er sagt, nach dem dritten Mal wird es besser, dann würde ich sagen, okay, wenn du mir das versprechen kannst, dann mache ich das. Aber wenn er mir das nicht versprechen kann, dann soll der mir irgendeine andere Scheiße geben. Ja, ich glaube, wenn man so heftige Nebenwirkungen hat, dann, ich glaube, dann würde man eher mal was anderes ausprobieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, oder? Okay. Jetzt noch dreimal. Ja, ich kann halt gar nicht einschätzen, wie heft, also in welchem Spektrum diese Nebenwirkungen stattfinden, weil ich habe mir natürlich vorher den Nebenwirkungszettel durchgelesen, aber ich sage mal so, es war eine sehr lange Liste. Ja, das liest ich immer so gut, also da steht dann immer so, ja, Schlaganfälle, Tod, Suizidgedanken, Bro, habe ich doch alles schon. Das brauche ich gar nicht noch mal. Das wäre klasse, da kommen wir gar nichts mehr dazu, ja. Depressionen, Ohnmacht, Migräne, Leute, gib mir doch mal was Neues. Ich würde sogar auch so duschen, ja. Dickworte, ey. Schlechter Podcast. Ich hätte mal gerne so was Cooles. Ein neues Thema, oder machen wir damit noch weiter? Haben wir noch was? Ne, es gibt kein Update, aber nächste Woche wird es hoffentlich ein positiveres Update zu meiner Situation geben, ey. Ich bin gespannt, ja. Und ich komme nächste Woche hochkonzentriert hier auf Ritalin rein. Das wäre so krass. Ich wollte dich was fragen, und zwar hast du diesen ganzen Drama um Elton mitbekommen, der von ProSib rausgeschmissen wurde? Nein. Ah, okay, ist ganz aktuell, glaube ich, gewesen, gestern oder vorgestern oder so. Oder so. Äh, der hat ja anscheinend dieses Schlag den Star moderiert und so. Ja. Und jetzt hat so ProSieben bekannt gegeben, jo, neuer Moderator ist Matthias Obtenhövel. Und Elton so, hör was? Er wusste das nicht. Nicht so richtig. Oh Gott. Und dann gab's, dann hat er so einen großen Instagram-Post gemacht und viele Promis haben sich auf seine Seite gestellt und so, weil er 23 Jahre bei ProSieben moderiert hat und jetzt einfach das so beendet wurde, ohne ihm Bescheid zu sagen. Und ich meine, Abschiedsshow oder irgendetwas in der Richtung. Aber hat er nur Schlag den Star moderiert bei ProSieben? Also quasi wurde er jetzt vom Sender gekickt oder nur, dass ihm bei der Show nicht Bescheid gesagt wurde? Hab ich gesagt, bin ich ja jetzt gerade überfragt, was er sonst noch so gemacht hat. Aber trotzdem asozial. Die Show, jedenfalls hat er nicht mehr. Kann sein, dass es dann gar nichts mehr war. Dass es gar nichts mehr gibt von ihm da. Aber anscheinend, ich weiß nicht, ob du da, bist du da auf dem neuesten Stand? Hat er eine Show auf RTL seit neuestem? Haben die sowas wie so Blamieren oder Kassieren da auf RTL oder sowas? Naja, das kann schon sein. Weil das war ja anscheinend früher mal so ein Segment bei TV Total, oder? So ein Quizformat. Und die wollten, glaube ich, eine eigene Show daraus machen, haben das ProSieben gepitcht. Die wollten das nicht nehmen und dann ist er zu RTL gegangen. Und jetzt war so die Vermutung, dass er von ProSieben gekickt wurde, weil er bei RTL auftaucht und so. Aber das ist doch gar kein Thema. So viele ModeratorInnen schwanken ja über die Sender hinweg. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also es gibt halt diese ProSieben-RTL-Leute, die halt dann nicht ProSieben-RTL, ProSieben-Sat-1-Leute. Ach so, weil das zusammengehört. Die gehören zusammen und so. Und die RTL-Leute sind ja so ganz andere. Also sowas wie so Sonja Ziedlow oder irgendwie so Dieter Bohlen. Stimmt, ich habe vergessen, dass ProSieben und Sat.1 zusammengehört. Ja. Krass. Ich kenne Elton nur von, wer weiß denn sowas. Stimmt. Aber von TV Total auch bestimmt auch früher. Oder Schlag den Stars. Ja, da habe ich alles nicht geguckt. Ich fand das alles nicht so funny. Ist auch nicht so mega geil, muss ich sagen. Ja, aber was sagen wir da? Elton halt durch, oder? Ja. ProSieben. Und Matthias Oppenhöfel. Oh, ich weiß gerade nicht, wer das ist. Ich habe den Namen schon so oft gehört. Wer ist das nochmal? Ja, deine Brille. Der hat das früher schon mal moderiert. Das war früher mal Steven Gädchen. Oh. Es ist so, die haben so die gleichen Sachen irgendwie gemacht. Okay. Immer so moderiert auf ProSieben. Naja, okay. Dann ProSieben kriegt euch ein. Alles Gute, Elton. Alles Gute, Elton. Zieh durch, ey. Grüße von uns. Und ansonsten, ey, was ging bei P. Diddy in letzter Zeit? Hast du das mitbekommen? Wer ist P. Diddy? P. Diddy, P. Diddy, P. Achso, ja. Sean Combs, keine Ahnung. Ja, nee, was ist mit dem? Macht er noch Sachen? Ah, okay, du kriegst wirklich gar nichts mit. Es gab so riesige sexuelle Vorwürfe. Wo finde ich die Nachricht? Ja, irgendwo bei Social Media. Ja, du bist den ganzen Tag nur am Handy, ey. Hä, kriegst du das nicht mit bei TikTok oder sonst was? Nee. Wird groß diskutiert. Was hat der Mann gemacht? Ja, wegen so Sexual Trafficking und Ausnutzen und Vergewaltigungsvorwürfe und alles mögliche, tausend Sachen. Und ganz viele Promis sollen mit involviert sein und so. Bei irgendwelchen komischen Partys bei ihm zu Hause und so. Und jetzt werden so uralte Interviews von Ascher und so wieder durchgeguckt, weil der ja anscheinend war, P. Diddy, Puff Daddy, was weiß ich, wie er heißt oder so. Früher der, wie sagt man das, also der Entdecker von Ascher und hat ihn so ein bisschen in das Ganze, hat ihn so mit aufgebaut. Und Ascher hat, als er 14 ist, ist er bei P. Diddy mit eingezogen in seine Villa und wurde von dem so unterrichtet und produziert und alles mögliche. Angefasst. Und er hat da anscheinend viele komische Sachen mitbekommen, meinte er schon mal früher in so Interviews und so. Jetzt wird es erst so nochmal neu aufgewühlt und ist gar nicht bei dir angekommen. Nee. Ja, schade. Aber ich wusste nur, Justin Bieber wurde jetzt doch von Ascher entdeckt. Justin Bieber wurde von Ascher entdeckt? Nee. Von wem denn sonst? War der nicht von Drake entdeckt vielleicht? Drake, aber auch ein höchst problematischer Mann. Der schreibt auch die ganze Minderjährigen. Aber bei Drake ist das schon länger bekannt. Ich dachte nämlich immer, Justin Bieber wurde von Ascher entdeckt. Und Justin Bieber hat nämlich, der wurde ja auch, wann ist Justin Bieber berühmt geworden? Mit 14 oder so. Ja. Der hat auch ganz viele schlimme Dinge da erlebt in seiner Kindheit. Das habe ich jetzt letztens mitgekriegt. Ah, aus der Promisszene auch oder was? Oder mit seiner Mutti irgendwie so einfach. Ich glaube sogar beides. Ich muss jetzt hause aufräumen. Immer, äh, Mama. Nee, nee, eher so Anfassgeschichten, glaube ich. So was? Ja. Ah, okay. Schwierig. Ach, schade. Okay, ich dachte, wir können jetzt ein bisschen spekulieren. Nee, ich habe das wirklich schon wieder nicht mitgekriegt. Voll komisch. Ja, okay. Okay, dann ein anderes Thema. Ich habe jetzt auch dieses Three-Body-Problem gesehen. Und was sagst du? Ich fand es gut. Auch das Ende? Ja, also irgendwann, ich habe nicht mehr so genau verstanden, was sie da so vorhatten, so richtig. Warum schießen sie sein Gehirn jetzt durchs Universum? Was wollt ihr damit nochmal genau machen? Das habe ich nicht so ganz zu stunden. Aber so an sich hat mich das erstmal abgeholt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als die Staffel zu Ende ging, weil ich dann wollte, wissen wollte, wie es weitergeht. Und es ist ja unklar, ob eine zweite oder dritte Staffel noch kommen und so. Also da wurde viel mit einem offenen Ende gearbeitet, ey. Ja, beziehungsweise es ist ja einfach so ein klassisches, also keine Ahnung, muss noch weitererzählt werden. Es ist halt nur die erste Staffel erstmal. Gibt ja auch mehrere Bücher, glaube ich. Gibt drei Bücher, genau. Und genau deswegen, weil mir das jetzt nicht schnell genug ging und weil unklar, ob die Serie weitergeht, haben wir die Bücher angefangen zu Hause zu lesen. Aber die gefallen mir gar nicht. Und ich habe es im Internet mal nachgelesen. Insgesamt sind die Leute eher Fans von den Büchern und finden die Serie nicht so gut gemacht. Aber ich fand das Buch ein bisschen nervig, weil ich konnte der Geschichte nicht so gut folgen. Ich glaube, sowas ist oft damit verbunden, was man zuerst geguckt, also zuerst konsumiert hat, glaube ich. Kann sein, kann sein. Wenn man dann eher so, ja, nicht eine emotionale Bindung zu dem Ding hat, aber einfach schon eine Vorstellung, wie es ja eigentlich ist. Ja. Quasi. Ich habe das oft gehabt, dass ich erst Filme gesehen habe und dann die Bücher gelesen habe und dass ich mir jedes Mal dachte, oh, krass, dass ich den Film jetzt besser fand. Also die Leute kritisieren so ein bisschen, dass in dem Buch die Erzählung halt deutlich komplexer ist, dass es mehr Charaktere gibt. Ja, da wird viel mit Wissenschaft anscheinend auch gearbeitet, habe ich gehört. Ja, ich meine, war ja, in der Serie spielte das ja auch eine große Rolle und so, aber so ein bisschen runtergebrochen wahrscheinlich oder so, ja. Aber in der Serie gab es ja so fünf Hauptpersonen, diese Oxford Five oder sowas, die sie zusammen studiert haben und so ein bisschen so eine coole Freundesgruppe waren oder so. und das ist anscheinend so ein bisschen, also die Figuren gibt es natürlich in dem Buch auch, aber das ist halt nicht so eine Truppe, nicht so eine Freundesgruppe oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich bin noch nicht so weit im Buch, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber ich fand das eigentlich ganz nett in der Serie, dass es irgendwie so eine kleine Gang ist, dass hier alle so Wissenschaftler sind und so. Das fand ich irgendwie ganz süß. Ja. Und was mich richtig gestört hat, muss ich sagen, an dem Buch ist, alle Figuren in der Serie, das sind ja alles so ultradiverse, Männer, Frauen, sonst was und so, in dem Buch sind es halt alles chinesische Männer und die haben alle Namen, die ich nicht auseinanderhalten kann. Ich weiß nicht, wer wer ist. Kyle lässt wieder den Rassisten raus? Hey, es ist wirklich sehr schwer. Nein, ist schon okay. Also in der Serie spielt viel in England, ein bisschen was in China, ein bisschen was woanders oder so, ich weiß nicht mehr genau, so rund um den Globus fast halt. Und da ist alles in China plötzlich und alles sind nur noch Männer. Fuck, ich hasse die Mädchen. Ich bin völlig aufgeschmissen, ey. Und ich muss immer meine Freunde fragen, hä, wer war das nochmal? Weil wir lesen uns das so zusammen. Dann komme ich immer durcheinander. Wie kann man zusammenlesen? Habt ihr beide das Buch? Nee. Teilt ihr euch ein Buch? Wir lesen es so vor. Oh, das ist süß. Das ist süß, oder? Das ist wirklich sehr süß. Gestern habe ich geil bei meiner Freundin im Zimmer Dota gezockt, zwei, drei Games und sie hat dabei vorgelesen. Richtig nice. Ja, kein Wunder, dass du nichts mitkriegst, ey. Das ist ein Hörbuch lesen. Alter, ich habe ADHS Deluxe. Ich bin Multitasking Pro. Du hast nämlich ADHS Deluxe. Das ist ein guter Folgentitel. Ja. Ja, ich habe ... Und die Last Hits saßen auf meiner Lane. Ich habe richtig geowned, ey. Ich sage es euch. Ich habe mir Audible runtergeladen, weil jetzt was rausgekommen ist. Ist das nicht so teuer? Ja, das ist sau teuer. Was kostet nochmal? Elf Euro im Monat. Ja. Aber ich habe so einen Free Trial gemacht, der dann auch bald wieder gekündigt wird. Instant. Weil für mich lohnt sich das halt gar nicht. Aber ich habe das geilste Hörspiel, was ich je in meinem Leben gehört habe, habe ich gehört. Oh, was kam da raus? Was ist das? Es kam raus eine Neuvertonung von 1984 mit Musik von Matt Bellamy, meinem Lieblingsmusiker. Das ist der Liedgitarrist und Sänger von Muse. Ach so, ja. Und mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Andrew Scott. Ist es der mit der Lasagne? Ah, Gott. Alter, geil. Du weißt aber schon, wer Andrew Garfield ist. Ja, der hat mal Spider-Man gespielt. Und Andrew Scott war auch da. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Hast du Fleabag gesehen? Ja. Der Hot Priest. Hm. Ah, so weit habe ich nicht gesehen. Der kommt erst später, ne? Zweite Staffel oder so, kann das sein. Ich habe am Anfang gesehen, hat mir gar nicht gefallen, die Seele. Das finde ich unfassbar. Der hat Moriarty gespielt in Sherlock. Ah ja, okay. Dann weiß ich ja. Und ... Ist Fleabag, ist das, also das, viele mögen das ja, ne? Ja. Das ist ja universell geliebt. Ja. Ich fand einfach richtige, räudige Scheiße. Wirklich? Ich fand, das war ein absolutes Meisterwerk. Ich fand das so krass. Ich fand mal Licht an. Oh, das Licht war gar nicht an. Ehrlich, erklär doch mal, was war daran so geil? Erklär doch mal, worum es geht für unsere dummen Zuhörer. Ich weiß gar nicht genau. Fleabag ist halt eine Serie mit zwei Staffeln. Und das war ursprünglich ein One-Woman-Play von Phoebe Waller-Bridge. Die Frau, die meiner Meinung nach alles anfasst und zu scheiße macht? Nein. Doch, zum Beispiel diesen Indiana-Jones-Film. Der wäre so oder so scheiße geworden. Safe. Sorry. Harrison Ford ist halbtot. Ja, und da geht es um Fleabag und die hat ein bisschen, die hat richtig dolle viele Probleme im Kopf, glaube ich. Hast du, war die nicht so eine sexsüchtige? Ja. Ah ja. Aber das ist doch kein Problem. Aber so ihre beste Freundin ist auch gestorben und so. Ah ja. Und die Eltern sind problematisch und die Schwester ist auch komisch. Die sind alle irgendwie komisch. Aber ich fand's, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mochte einfach die Art, wie das erzählt wurde. Ich mochte, dass das so, 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 keine Ahnung, so roh war und so brutal und nicht so, ich fand, das war so voll echt. Irgendwie. Ich habe irgendwie nicht so lange durchgehalten. Wie viel hast du geguckt? Zwei Folgen, glaube ich, oder so. Ja, das ist nicht super viel. Nee. Wie viele Folgen muss man deiner Meinung nach gucken bei einer Serie? Wie viele Folgen muss man einer Serie Chance geben, damit es einen catcht? Das entspricht, also, für mich eine. Eine? Ja. Ja siehst, da haben wir es doch mal. Ja, aber es ist ja auch okay, wenn dir es nicht gefallen hat. Also, es gab Serien, die haben mich auf jeden Fall nicht in der ersten Folge gecatcht, die ich aber nachher richtig lieben gelernt habe. Zum Beispiel The Office oder so. Ich hatte das bei Hannibal. Da weiß ich noch, als ich die allererste Folge Hannibal geguckt habe, dachte ich so, boah, ist das eine langweilige Scheiße. Und dann habe ich die zweite Folge geguckt und da war ich so, oh mein Gott, das ist die beste Serie auf der Welt. Ah. Das war voll krass. Aber Fleabag, ich weiß gar nicht, aber Fleabag hat halt immer den gleichen Vibe, finde ich, in einem guten Sinne. Ja. Also klar, du erfährst mit jeder Folge mehr über die Charaktere und es passieren ja auch mehr Dinge, aber bei Fleabag, anders als so bei Three-Body-Problem oder so, ändert sich ja nicht viel an der Handlung. Weil da geht es ja nicht um Science-Fiction oder um, da geht es ja einfach nur um sie und ihr Leben. Und wie das erzählt wird, bleibt ja auch gleich. Es kommen halt nur Charaktere dazu oder es gehen wieder welche. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe halt so einen kleinen Attention-Span, wenn mich das nicht in der ersten Folge catcht, habe ich halt keinen Bock mehr. Ja, habe ich auch öfters. Aber so manche Sachen, wo ich mir denke, okay, viele Leute, die meiner Meinung nach einen ganz okayen Geschmack haben oder einen Geschmack, der mir so ein bisschen entspricht, die mochten das, dann sage ich, okay, gebe ich der Sache noch ein bisschen Chance. Aber es gab auch so Serien, also Three-Body-Problem-Service hat mir nach der ersten Folge schon Spaß gemacht. Da habe ich gerne weitergeguckt. Ich fand es einfach so spannend. Ich fand es richtig, richtig spannend. Ich wollte einfach verstehen, was da passiert. Das war es bei mir bei Three-Body-Problem. Aber es hat mich ja, also es hat mich ja offensichtlich auch voll entertained. Ich fand halt so, ab Folge 5 dachte ich so, boah, was macht ihr denn jetzt hier? Also, ich fand es so ein bisschen, ich fand es bei vielen Entscheidungen dachte ich so, hä, als ob das jetzt die beste Lösung ist für das Problem, was ihr habt. Also, was ich zum Beispiel nicht so richtig nachvollziehen kann, war, dass sie dann ein komplettes Schiff zerschneiden haben. Warum müssen wir das Schiff jetzt zerschneiden? Hä, also, was ich mir gewünscht hätte und die Person, mit der ich es geguckt habe, wir waren so, hä, das wäre so cool, wenn die jetzt einen von denen als wie so ein Geheimagent, der so einschleusen, der so tut, als würde er auch an diese Gottheit glauben. Weißt du, dass die jemanden so einen Inside-Typen haben, der dann einfach versucht, die Sachen zu klauen und Informationen zu kriegen. oder schmeißt doch eine fucking Bombe. Was? Das sind nur Wissenschaftler, das sind ja keine Geheimagenten, die haben nur, die können nur mit Nanofibers arbeiten. Aber es wäre halt spannender gewesen, als lass mal so ein Schiff zerschneiden mit durchsichtigen Fäden. Aber es sah geil aus. Es sah geil aus, aber es war merkwürdig. Und mir tat es voll leid, weil ich mochte voll gerne den Charakter von Jonathan Price, der alte Mann da. Ist es Mike Evans? Ja, genau. Den mochte ich voll gerne und ich fand es dann traurig, dass er dann auf einmal nur noch so Scheiben war. Ja, ich fand für die Geschichte fand ich das auch ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, das war eigentlich so der einzige richtige Antagonist. Ja, fand ich auch. Und danach gab es irgendwie niemanden mehr. Also klar, es gibt noch so ein paar Figuren, die so ein bisschen komisch sind. Diese eine dubiose Frau, die ja auch von diesem Kult dann noch überlebt hat und so, bei der man jetzt nicht weiß, die immer so psycho guckt. Okay, die führt jetzt anscheinend noch irgendwas im Schilde und so. Tatjana. Tatjana. Tatjana, genau. Aber ansonsten, wir spoilern hier übrigens. Ja, die Leute, ja. Also ich meine, die Serie ist eine Woche alt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Drei. Ja. Ja, okay. Sorry dafür. Sorry, Leute. Aber. Ja, ich fand auch, ich fand damit war halt so ein, das war ja ein riesiger Gegner. Also auf diesem Schiff hat ja eine Kolonie gelebt an Menschen, die quasi gegen die gearbeitet haben. Ja, ja, genau. Also das war ja eine riesige Menge an potenzieller Macht und so, die, auf die so, die waren dann auf einmal alle tot einfach, alle ausgewiped. Ja. Es ist ja niemand übrig geblieben, weil alle, die daran geglaubt haben, waren auf diesem Schiff. Ja, das war schon ein bisschen schade. Und ich hab echt nicht verstanden, dass die keine Bombe geworfen haben, weil die wussten ja, die haben ja dieses, Jetzt haben wir gerne Bombe gesehen, ey. Die wussten ja gar nicht, was die suchen. Die dachten sich nur, irgendwo auf diesem Schiff wird sich so dieses geheime Informationsquelle da verstecken. Ja. Und das hätte ja auch so groß sein können, dass es auch zerschnitten wird. Ja, ja, das fand ich auch so völlig banane. Also man hätte ja eigentlich irgendeine Methode wählen müssen, um die Leute zu beseitigen, aber nicht die Technik. Ja. Oh, die haben einfach das komplette Ding aus dem genommen, ja. Also, ja. Und dann dachte ich auch so, die eine, oh, die hatte so einen komischen Namen, Oggy oder so. Oggy, ja. Auch ein chinesischer Mann im Original. Schade. Ja. Aber die war dann ja auch Nix mit female, strong female Charakter bei den Chinesen. Ja, okay. Es wurde wahrscheinlich auch von einem Chinesen geschrieben, oder nicht? Ja, wurde ja. Das erklärt's. Aber die war dann ja auf einmal so anti, weil sie dann auf einmal gemerkt hat, oh, ich hab ja jetzt 5000 Menschen umgebracht. Mensch, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Hups, ja. Das war nicht alles so merkwürdig. Oder auch, das ist dieser, also, naja, das mit dem Gehirn hab ich auch nicht verstanden. Das hab ich auch nicht verstanden, ja. Okay, wir müssen jetzt ein Gehirn irgendwo hinschießen. Leute, ihr macht einfach mal. Ja. Der so, ja, ich unterschreib euch das jetzt, okay. Und dann war der auf einmal weg und die eine konnte sich nicht mal mehr verabschieden. Das war alles so, ja, sorry, wir haben das Gehirn schon aus dem Körper rausgenommen. Ja, stimmt, dann ging das richtig schnell, hä? Ja, das ging so schnell. Also, ich mein, hättest du nicht ein Telefonat getan vielleicht? Noch mal was Nettes sagen? Das war so komisch. Ja, das war wirklich ein bisschen komisch. Aber an sich, also die Serie hat mir schon richtig Bock gemacht. Ich fand's halt so dumm, dass das halt am Ende alles nicht geklappt hat. Stimmt, eigentlich hat gar nichts geklappt. Ja. Die haben ja diese einzige Rechnung ein Jahr lang haben die sich auf diese Mission vorbereitet und dann hat das nicht geklappt. Naja. Naja. Lass mal vielleicht nicht, okay, ihr braucht eigentlich gar nichts mehr gucken, ja. Aber ich bin gespannt, ob man irgendwann diese, sieht, oder die Gegner oder eigentlich die eigentliche Bedrohung oder sowas. Weil die haben mir die ganze Zeit gesagt, wir sehen gar nicht so aus. Das fand ich so cool, dass sie gesagt haben, wir sehen gar nicht so aus. Und jetzt denke ich so, wie seht ihr denn aus? Die haben die gefragt, wie die aussehen, da meinten, ja, ihr würdet es nicht mögen. Oder sowas haben die gesagt, ja. Ja, okay, das fand ich auch cool. Boah, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir was gekauft. Nee, aber du wirst jetzt erzählen. Und ich habe zu viel Geld ausgegeben für eine Sache, klar, die ich gebraucht habe. Ich habe mir nämlich eine neue Brille gekauft, gestern. Hä? Hattest du eine alte Brille? Ja, ich hatte eine alte Brille. Also ich habe hier dieses Foto, vorhin habe ich das nämlich angeguckt, da hast du, hä, Brille? Ja, wir haben uns auch mit Brille kennengelernt. Wirklich? Ja. Im Praktikum habe ich noch Brille getragen. Und jetzt Kontakt, das ist eine Zeit lang oder gar nichts? Nee, ich trage gar nichts mehr und ich muss sagen, ich war ja immer der Meinung, wenn ich keine Brille trage, werden meine Augen besser. Ah ja. Und dann war ich gestern beim Sehtest und dann hat es sich herausgestellt, meine Augen, also mein eines Auge, mein rechtes Auge ist so schlecht geworden. Also ich war wirklich, ich habe mich erschrocken. Meine Theorie ist auch, wenn ich nicht zum Zahnarzt gehen, wäre meine Zähne besser. Denke ich auch. Ja. Aber ey, ich habe mich wirklich ernsthaft erschrocken. Diese Frau dachte auch so, warum reagiert die so hart? Aber wirklich, mein rechtes Auge ist einfach so viel schlechter als mein linkes und dann hat sie mir so was an der Wand gezeigt, diese Zahlenreihe und dann meinte sie so, kannst du es sehen? Ich so, ja, alles easy, halt normal, wie ich sehe. Ja. Dann hat sie mein linkes Auge zugemacht. Ich konnte nichts mehr erkennen. Oh shit. Das war die einzige fucking Zahl und die waren noch voll groß und ich war so, oh mein Gott, ich erblinde. Ja. Das war so schlimm. Ich dachte noch so, ich wollte eigentlich so eine Brille so von wegen Blaulichtfilter. Ich bin die ganze Zeit am Laptop, mein Gott. Aber ich brauche auf Ernst eine Brille. Das war richtig schlimm und sie war immer so, wird es jetzt besser? Ich so, nee, wird es jetzt besser? Nee. Gar nicht. Können Sie jetzt die kleinen Zahlen lesen? ich erkenne wirklich, das sieht aus, als würden da einfach nur kleine Punkte. Und wenn ich in ihr Scheißauge Arschsteche, wird das dann besser? Ja. Aber das war echt krass. Und dann bin ich da mit ihr rum und ich hatte eine Mission, weil ich wusste, welche Art von Brille ich haben will. Ah ja, jetzt beschreib doch mal was. Ja. Ich wollte eigentlich gerne... Dünnes Gestell, wird da mit Horn gearbeitet, wird da mit Plexiglasrahmen, wird da was mit was... Ich wollte halt so eine, so eine dicke, bunte Brille, so eine Brille, die so ein Fashionstatement ist, so eine Elton John Brille wollte ich halt. Habe ich mir eine geholt? Nein. Ja, okay. Also das finde ich, ja, für den Alltag ist das nichts. Also wenn man mehrere Brillen zum Wechseln hat, dann wäre das was. Und das dachte ich auch und dann habe ich die Preise gesehen und dachte ich so, das wird hier nichts mit mehreren Brillen. Hier wird genau eine Brille passieren und danach habe ich kein Geld mehr auf dem Konto. In welcher Range sind wir denn da? In welcher Preiskategorie? In einer dreistelligen auf jeden Fall. Ja, okay, klar. Willst du wissen, wie viel ich bezahlt habe? Ja, so ungefähr. Oder ja, sag doch einfach. Äh, 325, glaube ich. Ja, okay. Für, aber mit Gläsern. Mit den günstigsten Gläsern. Siehst du, welche Gläser wollen Sie? Weil die Brille hat 275 gekostet. Siehst du, welche Gläser wollen Sie? Ich so, die günstigsten, die ich nehmen kann. Da wird auch gar nichts geschliffen. Wirklich? Entspiegelung? Nee, ich glaube, das brauche ich nicht. Und wurde da mit Vielmann gearbeitet? Ja, ich war bei Vielmann. Ja. Und das war auch voll cool, weil der war, das ist der am Jugendfernstieg und der ist riesig. Ich habe noch nie so einen riesigen Vielmann gesehen. Ich glaube, drei oder vier Stockwerke. Ja. Und die Frau und ich, wir haben hart gearbeitet, wirklich. Die war nämlich nach dem Sehtest, der Sehtest ist ja kostenlos und du bist ja nicht verpflichtet, da dann eine Brille zu kaufen und so. Und sie war so, möchten Sie sich nach einer Brille umsehen? Ich so, ja. Ich möchte das, 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 das. Und sie so, okay, gut, dann machen wir das jetzt. Dann sind wir losgegangen, richtig im Business-Modus. Und dann hat sie mir Brillen angereicht. Warst du alleine da? Oder hast du jemanden mit zum Raten? Ich war alleine da. Und dann hat sie mir Brillen angereicht und ich so, nee, das nicht. Zu schmal, zu dunkel, zu viel Metall. Nee, ich möchte nicht Silber, ich möchte Gold. Nee, ich mag die Farbe nicht, ich mag die Farbe nicht. So, wir haben da richtig hart gewirkt. Ich habe bestimmt 40 Brillen mindestens aufprobiert. Und dann haben wir uns hingesetzt. Ich habe meine Auswahl getroffen. Und das Ding ist, die Brille, die ich jetzt gekauft habe, die Sekunde, wo ich die Brille aufgesetzt habe, wusste ich, das ist sie. Ja, geil, geil. Ich habe richtig, ich wusste es. Und dann habe ich mir das Brei schon angeguckt. Und dann war ich so, das ist sie nicht. Und dann hast du richtig Schimmel genommen. Und dann dachte ich so, habe ich wirklich zu der Frau gesagt, ja, aber vielleicht wollen wir noch mal gucken, gibt es vielleicht noch ein paar andere Modelle. Weil das Schlimmste war, es gab eine Brille, die so ähnlich aussah, aber schon in Schäbiger für 20 Euro. Da war ich so, fuck. Und dann habe ich wirklich so oft hin und her anprobiert. Und dann war ich so, nee, es ist halt diese fucking scheißteure Brille. Die sieht unfassbar gut aus. Ja, ich finde, bei solchen Sachen, was man halt auch wirklich mitten im Gesicht trägt, da muss es einem schon gefallen. Ich habe halt auch ernsthaft überlegt, es gibt ja auch diese richtig Billo-Webseiten, wo eine Brille 5 Euro kostet oder so, ein Gestell. Und ich habe auch überlegt, soll ich mir einfach eine teure kaufen oder 10 Billo-Brillen? Und dann kann ich halt immer so herumswitchen. Ich war auch mal bei drei Optikern. Ich brauche eigentlich auch eine Brille, eigentlich. Und dann war ich bei Mr. Spex irgendwann. Und der Laden hat für mich erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also es gab auch eine große Auswahl. Und da waren einige dabei, die mir eigentlich ganz gut gefallen hätten. Also ich hätte mir da was kaufen können. Aber hast du nicht gemacht? Nö, so viel war es mir doch noch nicht wert. Jetzt glaube ich lieber blind durch die Gegend, ja. Ja, aber was das Krasseste ist, das habe ich noch nie, also ich habe davon schon gehört, aber ich habe das noch nie in echt miterlebt. Und Viermann hat diese Preisgarantie, dass die die günstigsten Anbieter auf dem Markt sind. Ach was. Und sie war so, sie hat mir so einen Zettel in die Hand gedrückt mit ganz vielen so Viermann-Garantie-Sachen. Und war so, ja, und wenn sie die Brille irgendwo günstiger finden, dann erstatten wir ihnen die Differenz. Und dann habe ich gegoogelt. Die Sekunde, wo ich da meine Karte draufgehalten habe und 325 Euro ärmer war, habe ich gegoogelt, habe instant die Brille für 50 Euro günstiger gefunden. Jetzt wird morgen schön zu Viermann gegangen und gesagt, hier, guck mal. Ich kriege 50 Euro wieder. Geil. Ja, das finde ich echt cool. Ja, dann, ich meine, es ist natürlich peinlich, nochmal hinzugehen und dann sein Geld wieder einzufordern. Ich gehe auch zu einem anderen Viermann. Haust du aber richtig auf den Tisch, ey. Ich meine Fufi zurück. Und von dem Fufi dann erstmal, den verlierst du dann auf dem Heimweg. Oh Gott. Von dem Fufi erstmal die Brille kaputt machen. Aber die wird mir sogar bis nach Hause geschickt und die Frau war echt super, super hilfreich. Ah, die Brille ist noch nicht hier. Sonst hätte ich die schon aufgesetzt, glaube ich. Ah, interessant. Also das Witzige bei mir ist ja, ich habe halt keine Brille, aber ich ziehe manchmal die von meiner Freundin auf. Mit der kann ich auch gut gucken. Wir haben irgendwie die gleichen Augen. Ich dachte gerade so, oh mein Gott, was für eine Brille würdest du tragen? Also ich habe mehrere ausprobiert und ich fand auch mehrere ganz gut. Waren die alle ähnlich oder sehr unterschiedlich? Ne, ja, unterschiedlich. Also ich hatte mal, also eher ründliche, glaube ich, hatte ich. Und ich hatte mal so welche mit so ein bisschen dickeren Rand oder auch mal so schmale mit so einem Metallgestell und so. Und eigentlich haben die, haben mehrere so ganz gut funktionieren, fand ich. Aber ja. Mal schauen. Und was ist deine Sehstärke so circa? Ganz wenig. Ganz wenig. Ja, so 0,7 oder irgendwie sowas kann das sein? Okay. Oder in was für Abständen würdest du sagen? Doch, 0,75 wahrscheinlich. Irgendwie sowas, ja. Könnte sein, ja. Auf beiden Augen? Bisschen unterschiedlich. Ist 1 vielleicht 0,5 oder 1,0,75 oder irgendwie sowas. Aber recht wenig. Ich habe einfach links fast gar nichts. Ich glaube, links habe ich minus 0,25 und rechts habe ich einfach so 1,5 oder 1,75 oder so. Und ich auch so dachte, hallo, was soll das? Ich kann einfach nichts mehr sehen mit rechts. Ich sehe dich einfach komplett verschwommen. Das ist unfassbar. Endlich bin ich hübsch. Oh Mann, ey. Ja, aber wieder 300 Euro ärmer. Ich dachte ja, mein Vater hört auf, mir Taschengeld zu zahlen mit 25. Aber ich glaube, der hat vergessen, den Dauerauftrag abzubrechen. Und als ich gesehen habe, dass das Geld reinkam, dachte ich so, ich muss mir jetzt eine Brille kaufen. Ja, und wenn er in diesem Moment den Podcast fährt, dann hört die Zahlung auf. Katastrophe. Ja, aber ansonsten nie wieder ein Wort drüber verlieren. Ja, ich denke auch so, wenn ich die Brille jetzt 325 Tage trage, dann hat sich das auch. Dann habe ich den Preis schon wieder raus. Ja, ja. Ich meine, wenn dir die Brille gefällt, das ist dann was für die nächsten Jahre. Und ich brauche ja auch wirklich eine. Also das ist jetzt ja nicht mehr sowas, wo ich dachte, okay. Ist kein Luxusartikel, der ist ein völlig rausgeschmissenes Geld, sondern ist eine sinnvolle Investition in deine Augen. Aber ich habe gestern endlich verstanden, was Blaulichtfilter ist. Ich bin einfach dumm, weil ich dachte, die ganze Zeit Blaulichtfilter wäre irgendwas anderes. Aber Blaulichtfilter ist ja einfach, dass man weniger blaue Töne sieht. Hm, das ist ultra smart. Womit hast du gerechnet? Ich dachte halt so, ja, du hast halt irgend so ein Glas dann in deiner Brille und dann ist der Bildschirm weniger strapaziös und gibt dir weniger Kopfschmerzen durch irgendeine Zauberkraft. Aber du siehst einfach alles in ein bisschen mehr orange. Ja, sieht das nicht aus, als würde man durch so ein gelbes Sonnenbüllending gucken oder so? Und dann meinte ich so, ja, okay, nee, dann brauche ich auch keinen Blaulichtfilter, ey. Ja, nee, das ist völlige Katastrophe. Es gibt ja Leute, die ihr Handy so einstellen, dass zum Beispiel abends, machst du das auch? Ja, aber nur abends. Ja, krieg ich auch einen Anfall, ey, wenn ich das mit so gelben Scheiße da sehe. Aber mein Augenarzt meinte damals auch, also mein Augenarzt, dümmster Hurensohn auf der ganzen Welt, fuck you. Aber der meinte von Anfang an schon so, Blaulichtfilter ist völliger Quatsch. Und vielleicht hat er recht. Ein Kumpel von mir hat sein Handy auf schwarz-weiß gestellt, damit er nicht so viel Spaß daran hat, da die ganze Zeit im Internet zu sein und so Social Media anzugucken. Wie wenig Freude am Leben kann man haben, ey. Ja, dann schmeiß doch dein Handy weg, ey. Ehrlich, ey. Aber ich hasse schwarz-weiß. Ja. Richtig emotional beim Thema schwarz-weiß, ja. Hier ist so eine Serie angefangen, Ripley, auch mit Andrew Scott. Ich hab jetzt gar nicht mit Audible weitergeredet. Das stimmt, dein scheiß Hörbuch, ja. Ich hab's auch nicht wieder angesprochen, ich dachte, zum Glück haben wir das Thema abgeschlossen, ey. Aber auf jeden Fall, Ripley mit Andrew Scott, ist eine richtig schöne Buchverfilmung auch anscheinend. Und ich so wieder Svea geschrieben, hey, bleibt das für immer schwarz-weiß? Die so, ja. Ich so, hm. Okay, I'm out. Aber auf jeden Fall ist dieses 1984 so gut gemacht. Es ist wirklich so cool. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, als ich damals das Buch gelesen habe. Ich will jetzt auch unbedingt das Buch nochmal lesen. Es war einfach so cool, die Atmosphäre, die Geräuschkulisse und so, die ganzen Sprecher. Was mich an dem Buch abschreckt, ich hab gehört, sehr viele Asiaten. Okay, ja. Naja. Stimmt nicht mehr, ich hab das Buch sogar gelesen. 1984? Ich bin belesen. Bin ein belesener Typ. Das war echt, ich hab voll vergessen, wie gut dieses Buch einfach ist. Ich hab's nicht mal in der Schule gelesen. Ich hab's wirklich privat gelesen. Krass, ich hab's in der Schule gelesen. Und ich werd's jetzt auch nochmal privat lesen. Und es gibt eine Szene. Spoiler-Alarm für 19... Ja. 1984? Was sag ich die ganze komische Zeit? Nein. Naja, auf jeden Fall wird ja... Ich hab voll diesen Plot-Twist vergessen, dass O'Brien ja gar nicht gut ist. Der Hauptcharakter Winston denkt ja die ganze Zeit, er und O'Brien, die würden so die ganze Zeit so, ja, wir sind beide gegen das Regime, bla bla, und O'Brien ist dann ja gar nicht gegen das Regime. O'Brien ist dann... Also, fickt den halt dann einfach so. Ja. Und dann gibt's eine Szene, am Ende, wo ja O'Brien ihn foltert. Ja. Und im Buch sind das halt so Andrew Garfield und Andrew Scott. Im Buch. Äh, im Hörbuch. Im Hörspiel. Und das ist wirklich, wenn du die Augen zumachst und dir das nur anhört, das ist wie ein Porno. Oh. Das ist richtig sexy. Oh. Da wird viel mit Stöhnen und sowas gearbeitet. Ist Andrew Garfield ein sexy Typ? Ja. Ja? Ich find den richtig sexy. Echt? Ja. Und Andrew Scott auch. Da wird auch viel mit Flüstern und sowas gearbeitet. Mit Flüstern, mit Stöhnen, mit Schreien. Also das ist... Allein dafür kann man sich das schon mal anhören. Andrew Garfield, für mich nicht so ein sexy Typ. Andrew Garfield, für mich eine absolute Maus. Ja, eine Maus ist er. Ah, keine sexy Maus. Ja. Ich würd nicht Nein sagen. Ja. Er dürft schon ran, ja. Der war halt Spider-Man. Spider-Man. Ja, aber Tobi McGuire war ja auch Spider-Man. Ja, okay. Okay, stimmt. Viele waren schon Spider-Man, ey. Ja, aber zwei von drei? Hot. Tom Holland ist auch hot? Ja. Ja. Aber ich find auch, Tom Holland sieht ein bisschen aus wie mein Freund. Das stimmt ein bisschen. Ja, ne? Kann ich verstehen, ja. Ja. Der ist ein ähnlicher Typ, ja. Und du siehst ein bisschen aus wie Sandaria. Ja. Und ich seh aus wie eine grüne Goblin. Aber, ja. Dr. Octopus bin ich. Dr. Oct. Otto, ey. Otto, der heißt Otto, ne? Der ist Otto Octavius. Otto Octopus. Ja, okay, geil. Haben wir auch geklärt. Ja. Deutsche Sandaria bin ich. Ich hab Dune gesehen. Jetzt will du Sandaria sagst. Und wie? Illegal oder im Kino? Schon illegal, ja. Ja, also, ich hab ihn jetzt die Tage gesehen. Hat mir nicht gefallen. Was? Hat mir nicht gefallen. Warum? Also, äh. Vielleicht, weil du ihn auf so einem Mini-Laptop mit schlechter Qualität geguckt hast. Nee, ich hab mit guter Qualität auf dem Laptop geguckt. Mit so russischen Untertiteln. Nee, Untertitel war auf Englisch. Ähm. Der wäre auf der erste Teil schon nicht gefallen. Ach so. Ich find, ja, okay. Also, ich find halt, ich find die Kostüme geil. Ich find, das sieht toll aus. Ich find die Schauspieler gut und so. Aber es holt mich emotional null ab. Alle Figuren sind mir scheißegal. Also, die jucken mich wirklich null. Ja. Und ich find irgendwie, so die Handlung, ja, das war mir so völlig banaler irgendwie. Also, keine Ahnung. Ja. Das war doch nicht spannend und war auch nicht irgendwie mitreißend irgendwie, ich fand's, ich fand's ein bisschen dröge so. Also, ich hab's mir ganz gerne angesehen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, scheiß Film. Aber ich will auch nicht sagen, geiler Film. Ich fand's voll schön anzugucken. Ja. Und ... Ja, keine Ahnung. Also, ich check schon, was du meinst. Aber mich hat das alles irgendwie nicht gestört. Hm. Also, mich jucken diese Charaktere auch alle irgendwie nicht. Aber ich hab's mir trotzdem gerne angeguckt. Ja. Ich glaub, ich mach da einfach das Erlebnis, weil ich find, das ist halt ein guter Film. Also, der ist halt gut gemacht und so, weißt du. Und ich hab so viele schlechte Filme gesehen in den letzten paar Jahren, dass ich mich, glaub ich, einfach so freue, wenn ich im Kino sitze und ich den Film schön angucken kann. Und es gibt halt viel kleinere Filme mit viel weniger Budget und sowas, wo mir einfach die Charaktere viel mehr gefallen und wo ich viel mehr dabei bin und denke einfach, okay, es gibt mir mehr, mir das jetzt anzugucken. Ja. Und dieses Riesending und so für 200 Millionen oder weiß ich nicht, wie teuer das Ding überhaupt war oder so. Und einfach so, die Story juckt mich gar nicht irgendwie. Ja. Ich hab noch einen anderen Film die Woche gesehen und zwar ... About Time. Kannst du den? Weiß ich nicht. So ein romantischer Zeitreisen-Film. Romantik. Der ist schon älter, oder? Ein paar Jährchen, zehn Jahre alt oder sowas vielleicht. Mhm. Mit dem Typen ... Wie hieß denn der Rothaarige, der bei Star Wars in der Saison 9-Trilogie einen von den ... Oh! Wie hieß der denn nochmal? Ich hab vergessen, wie der heißt, aber ich weiß, wer das ist. Bill aus Harry Potter. Ah, kann sein. Ja. Ja. Er spielt da mit und ... Rachel McAdams? Ist das sie? Nee, ne? Rachel McAdams spielt da, glaub ich, auch mit. Kann das sein? Aber ich hab den nie gesehen. Fand ich zum Beispiel viel geiler als den. Ah. Sweet. Also das war ein süßer Film. Das ist der Sohn von dem ... von Bungees of Innesharon. Was? Der, der sich die Finger abgehackt hat. Das ist der Sohn, der Schauspieler von dem Schauspieler ist der Sohn. Ah, okay. Krass, wusste ich nicht. Ich find auch, die sehen sich gar nicht ähnlich. Nee, wirklich nicht. Also da vielleicht nochmal die Vaterschaft überprüfen. Ja. Okay. Sehr viel Filmtalk heute. Ja. Oder willst du noch was erzählen? Ja. Ja, ich will gerne den neuen Ghostbusters gucken, aber er läuft nur zu so abartigen Zeiten hier. Und ich hab ... Das ist eh scheiße. Nein. Das ist total Trash wahrscheinlich. Ich hab in ... Ich hab letzte Woche zum dritten oder vierten Mal den Ghostbusters davor geguckt, Ghostbusters Legacy. Mit den Frauen? Nein. Nein, um mir mit's willen. Den mit den Kindern. Das sind dann die Enkeln. Ah, mit Finn hier. Ja, genau, genau. Und ich find diesen Film so schön. Also ich find den nicht super gut. Ich check auch, dass das kein super krasser, toller Film ist oder so. Ja. Aber ich hab immer so ne gute Zeit, wenn ich den angucke. Ich find den so hohlsam. Ich mach das so glücklich. Ich liebe dieses kleine Mädchen. Die Enkelin von dem Ghostbuster, die dann auch so gut ist mit Wissenschaft und sowas. Und ich find den einfach voll süß und ich freu mich voll auf den nächsten Teil. Nie gesehen. Ich mag natürlich Paul Rudd. Paul Rudd, mein Ant-Man. Ja. Paul Rudd, mein ... Wo hat der denn mitgespielt? Jungfrau 40, wenn ich sucht oder sowas? Hat der da mal mitgespielt? Nee, das war doch der von The Office oder nicht? Ja, der auch. Ganz viele haben mitgespielt. Geiler Film meiner Meinung nach. Richtig guter Film. Ey, ich hab letztens auch völlig oft besoffen und bekifft ... Ach, hab ich schon erzählt, ne? Ey, Mann, wo ist mein Auto gesehen? Ja. Der war geil, ja. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, ey, was hältst du davon? Wir sind schon 50 Minuten drin. Wir gehen mal in unsere Top 3. Ja. Oder? Genug über Filme gemacht. Aber guckt euch den Boutime an. Das fand ich süß. Ja, den guck ich immer an. Ich hab sogar geheult. Oh. Ja, da wurde geweint sogar. Oh, der ist ja ganz traurig. Also, es gibt eine sehr traurige Stelle, finde ich, ja. Also, die hat mich gecatcht. Okay, was ist denn unsere Top 3? Weil das Thema so scheiße ... Ja, wir besprechen die Top 3 Dinge in Tüten. Ich sag, wie es ist, es geht um Dinge in Tüten. Ich sag jetzt eine Sache, die ist mir jetzt allererstes in den Kopf gekommen. Und die betitle ich jetzt als meine Top 4, weil es kann nicht in die Top 3. Aber das Erste, was mir eingefallen ist an Top 3 Dinge in Tüten, ist einfach Hundekacki. Die Tüten. Und so geht die Liste auch weiter. Nee, ich hab mir gepostet, ich hab ein paar kreative ... Na, wohl kreative. Ja, ist vertrieben, aber ... Bei mir wird viel mit Essen gearbeitet. Ah, okay, ja, bei mir nicht. Ah, krass. Okay. Aber klar, Hundekacki gehört natürlich oft in Tüten. Und jeder, der da nicht mit Tüten arbeitet ... Schämt euch. Ja, schämt euch. Ehrlich, ey. Ab was Hundegericht. Hast du immer eine Tüte dabei? Ja. Du hast sogar einen Spender, ne? Sieht aus wie ein großes Tick-Tack, wo du immer deine Dinger rausziehst. Ja. Und Toys Jacken haben ja auch Taschen. Und dann tun wir mal die Jacken vor meinem Hund auch noch so extra Ersatzkacki-Beutel. Was mich jetzt interessieren würde, was passiert denn mit dem Hundekacki, wenn da mal mit Durchfall gearbeitet wird? Ähm, wenn's richtig schlimm ist, lass ich's liegen. Aha, da haben wir nämlich hier den Übeltäter. Okay, ja. Ja, aber wenn's, wenn's nur so halbfeucht ist, dann sammle ich das auch rein. Was ist deine Lieblingskonsistenz zum Sammeln? Steinhart. Steinhart, ja. Das tut mir dann auch leid, weil das heißt dann meistens, der Hund hat irgendwie Verstopfung gehabt oder so. Ein solider Brocken einfach. Ja, aber das ist wirklich angenehm. Oder so Hasenköttel, wenn du durch die Gegend murmeln, roll alles im Berg runter. Es ist wirklich peinlich, weil Toy, der kackt, glaub ich, nicht wie ein normaler Hund. Also erstens lassen sich Hunde ja eigentlich hin. Toy kackt im Stehen. Und dadurch, dass er im Stehen kackt, und der hat ja, ich glaub, Toy hat... Er kackt nicht alle Hunde im Stehen? Nee, die gehen so mit dem Arsch so ein bisschen runter. Ja, die gehen so mit dem Arsch runter. Ja, okay. Toy nicht. Und der Hund hat auch völliges ADHS und der lässt sich dann so die ganze Zeit ablenken beim Kacken. Und manchmal geht der dann so hin und her beim Kacken und dann kann ich halt wirklich wie so Hasenköttel dann mal so kleine Bröckchen in so einem Umkreis von drei Metern aussammeln, ey. Ja, dann schimpfst du bestimmt auch mal so laut. Ach, der Hund, ja. Der Köter. Geil. Okay, aber ja, interessant mit Nummer vier. Kacki war die Beste. Ich weiß gar nicht, ob ich das vortragen kann. Bist du sicher. Na komm, ich mach's einfach mal. Scheiß da drauf. Ich hab schon so viel Scheiße genommen. Ja. Meine Nummer drei an Dingen in Tüten. Hässliche Geschlechtspartner. Natürlich. Da wird doch mal mit der Tüte überm Kopf gehaust. Es ist das Klischee. Es ist das gute alte... Ja, aber das passiert nicht wirklich. Es ist der gute alte Comic Relief in jedem so Film und sowas. Ja, so eine Papiertüte. Der gute alte James Franco. Ja. Das ist das Glory Hole für zu Hause. Das war gar nicht James Franco, oder? James Franco, ich weiß nicht, was er dazu ist. Irgend so ein Celebrity hat sich doch mal so eine Tüte über den Kopf, so eine Papiertüte, oder war das Shia LaBeouf? Shia, ja. Das ist das Glory Hole für zu Hause, oder? Das ist das Glory Hole des kleinen Mannes, ey. Das ist das Glory Hole des kleinen Mannes, ehrlich. Das ist das Glory Hole für unterwegs. Man will anonym bleiben. Man erträgt vielleicht nicht, was man so abends mit nach Hause genommen hat aus dem Club oder so. Naja, Tüte drüber. Gerne Recycling bewusst aus Papier, aber zur Not tut es natürlich auch der gute alte Aldi-Beutel oder so. Deswegen da, ja, meine verdiente Nummer drei. Gut. Bei mir leicht was anderes. Ah ja, gut. Nein. Nein. Nein, es ist doch, es ist ein schöner Sonntagmorgen und man will gut frühstücken und dann holt man sich eine gute alte Brötchentüte vom Bäcker. Ja, okay. So richtig schöne Backwaren zum Frühstück, die kommen auch in der Tüte. Ja, ich hatte gerade auch noch eine Tüte mit Backwaren geholt, aber da dachte ich, okay, das ist wirklich zu fucking langweilig, um das in, um in ein humoristisches, in ein interessantes Gewand hier zu packen, aber du hast es mal wieder geschafft. Mir sind nur Sachen mit Essen eingefallen. Ja. Leider. Ja. Ja. Das ist zu wenig Sex mit hässlichen Leuten gehabt. Ja, das stimmt. Okay, aber ja, was sind so die besten Sachen? Was riecht zum Beispiel besonders gut aus so einer Tüte oder so? Ein Croissant. Ja. Ja. Croissant. Croissant. Ich sage mal Croissant. Croissant. Croissant, ja. Ja, aber klar, so eine Brötchentüte ist natürlich knistert schön, hat einen angenehmen Geruch. Man verbindet es irgendwie mit einem angenehmen, leichten Start in den Tag oder sowas. Hier sind auch so zwei kleine, familienbetriebene Konditoreien in der Nähe und das ist echt richtig sweet. Also das ist dann auch nochmal eine andere Erfahrung, als sich so vom SB-Bereich bei Penny eine Brötchentüte zusammenzustellen. Weißt du, welche Tüten ich besonders klassisch und kultig finde? Diese langen, wo auch so ein Baguette reinpasst. Oh ja. Oder? Das ist so Brötchentüte, aber mal drei. Und dann hast du also lange, geile Baguettes drin. Ja, das ist toll. Das ist schon geil. Oder ein Chabatta. Also natürlich eine fucking langweilige Nummer drei, aber ist okay. Das sind natürlich Dinge in Tüten, ja. Wie oft wurde die schöne Tüte über den Kopf gezogen? Ich kenne es nicht anders. Aber Tüte über den Schwanz bin ich unbekannt. Das wollte ich auch schreiben und dann dachte ich so, nee, das ist Quatsch. Ja, nein, ist kein Quatsch. Das ist halt nicht top. Ja. Das ist ein Flop. Okay, meine Nummer zwei an Dinge in Tüten. Top zwei, Dinge in Tüten. Und zwar natürlich in der Wohnung mein Pfand, was ich sammle. Stimmt. Oh, ich sammle Pfand ohne Ende. Und es sammelt sich in Tüten immer und überall. Alles steht voll mit irgendwelchen Scheißtüten. Da bin ich manchmal zu faul, die mitzunehmen. Denkst du, ach komm, nächstes Mal habe ich die nächste Tüte voll bis dahin. Und dann nimmt man manchmal was mit zum Automaten. Dann wird das Pfand nicht angenommen. Dann nimmst du es wieder mit zurück. Denkst du, okay, warum hat der Automat das nicht angenommen? Muss ich zum nächsten Laden schleppen? Und dann wohnt es zu Hause. Weil man denkt, okay, das Pfand wurde letztes Mal schon nicht mitgenommen. Jetzt nehme ich es diesmal auch wieder nicht mit. Und jetzt ist die Wohnung voll mit Pfand. Und ich habe keinen Platz mehr zum Wohnen. Alles voll mit Pfandtüten. Ja. Wenn bei mir Pfand nicht angenommen wird, schmeiße ich es weg. Ja, das sind natürlich die zwei Alternativen. Aber was, ich habe auch eine riesige Pfandtüte. Und eigentlich bin ich nicht Typ riesige Pfandtüte. Ich bin Typ, ich nehme es direkt mit. Also mir bringt das dann immer genau 25 Cent ungefähr. Aber ich will eben nicht, dass sich diese Tüte so sammelt. Ja. Und deswegen versuche ich bei jedem Einkauf so eine Flasche mitzunehmen. Aber ich habe jetzt so eine Tüte, weil meine ganzen heiligen Pennys kaputte Pfandautomaten haben. Ja. Es sind zwei Pennys im Umkreis von 500 Metern und bei beiden ist der Pfandautomat kaputt. Penny aber auch ein relativ schwacher Supermarkt, muss man einfach sagen. Ja. Aber ich will auch nicht so weit laufen. Ja, okay. Und ich hatte jetzt aber ja so viel Pfand, dass ich so dachte, weil wenn ich eine Flasche dabei hatte, so wie normal, ja okay, dann stelle ich sie da halt hin. Aber nee, bei fünf Flaschen möchte ich den Pfand schon eincashen. Das stimmt. Und dann musste ich meine räudige Pfandtüte wieder mit nach Hause nehmen nach dem Einkaufen. Das ist echt peinlich. Das ist wirklich peinlich. Vor allem, was richtig unangenehm ist, man geht mit dem Pfand wieder raus, hat das in der Tasche und dann eigentlich hat man die Tasche so kalkuliert, dass da die neuen Einkäufer reinkommen. Ja, dass der Pfand nicht mehr drin ist. Und dann ist das schon halb voll mit altem Pfand. Und dann passt da nichts mehr rein. Das ist die absolute Vollkastrophe. Horror. Ja. Ich wollte auch fragen, wenn Netto und Penny, wenn die in so einem MMA-Käfig gegeneinander kämpfen, wer gewinnt? Netto. Netto gewinnt gegen Penny. Ich glaube schon. Netto ist so hart asozial. Netto spuckt auch. Ja. Netto hat schon viel mehr gesehen als Penny. Netto spuckt und piekst in die Augen. Früher war ich immer bei Netto, weil meine alte Wohnung war direkt neben einem Netto. Aber für wen bist du? Ich bin für Penny, glaube ich. Du bist für Penny, aber Netto. Aber Netto wird gewinnen, ja. Netto hat Knast-Tattoos. Ja, wirklich. Netto hat hier so eine Träne. Ja. Netto, Netto, Netto. Netty, Netto. Na, keine Ahnung, was ich erzählen wollte. Ja, okay. Also Netto, krasser Cash-Batter. Also meine Nummer zwei findet man auch in einem Netto oder in einem Penny beispielsweise. Meine Nummer zwei sind jegliche Art von Mini-Versionen. Ich finde so Mini-Versionen, so Travel-Size-Sachen oder so Mini-Snacks oder diese Halloween-Mixes und so. Die sind ja auch immer einzeln verpackt. Also meinst du das, wie zum Beispiel so Haribo-Goldbeeren, die es in so Mini-Tüchen gibt, sowas in der Richtung. Oder halt so, es gibt ja so Mars und Snickers. Ja, oder diese geilen Celebration-Mixes oder so. Ah, ja, okay. Die sind ja alle in einzelnen so kleinen Tüten verpackt und das ist immer geil. Ich würde mir sowas im Leben nicht selber kaufen. Ich auch nicht. Wer kauft das? Ist das immer so tausendmal teurer als so eine normale Version? Hä, nehme ich auf das Große. Ja, aber es ist schon geil. Es sieht schon sweet aus. Man fühlt sich so special. Kennst du diese kleinen Chips? So eine kleine Tüte Chips. Ja. Ja, die machst du auf und in dem Moment bist du schon enttäuscht. Alter, ich bin so dumm. Ich habe letztens aus Versehen so eine kleine Tüte Chips gekauft, weil ich habe das irgendwie nicht gesehen. Die war so voll weit oben. In deinen Händen sieht die auch groß aus. Ich dachte auch so proportional. Oh, wie riesig ist das denn? Das will schon richtig sein. Und dann dachte ich so, Pommes-Bern für 80 Cent, oh mein Gott. Habe die dann so genommen, eingepackt, nichts mit mir beigedacht und dann wollte ich die so hier essen. Und dann war die halt so groß. War da so ein halber Bär drin, ey. Guck mal so ein Bein raus. Das war alles. Pommesbein. Dann dachte ich so, hä, irgendwie sind die Pommesbeeren kleiner geworden. Und dann habe ich einfach aus Versehen so eine Minitüte Pommesbeeren gekauft und dachte, ich hätte den Deal meines Lebens gemacht. Ja. Ja, ich finde diese kleinen Tüten, diese Travel-Pakete, ich finde das eine absolute Vollkatastrophe. Ich finde das eigentlich cool. Ich finde das ist ein Luxus. Ja, das ist ein Luxus, stimmt. Stimmt, aber es ist eine absolute Müll, nicht Müllverschwendung, sondern Müllmachung. Müllmachung, Müllmacherei, ja. Das stimmt, ja. Nee, gefällt mir gar nicht. Okay. Also das nehme ich schön wieder runter von der Top 3. Kacki Beutel wandert auf die 2. Okay, meine Nummer 1, ja, es ist geschuldet meiner Laziness. Ich bin nicht gut im Geschenke einpacken, wenn bei mir mit Geburtstagen oder sowas gearbeitet wird. Da wird auch gerne mal ein Geschenk einfach in der Tüte überreicht. Ah. Ja, ja, pack aus. Und dann macht man die einfach so auf, ah, okay, und dann ist da irgendwas drin. Es hat Unterlesi zu Weihnachten, wenn ich zu meiner Familie fahre, jeder kriegt eine scheiß Tüte einfach. Aber Tüte viel teurer als Geschenkpapier. Ja, aber muss ich noch einpacken und Tesa-Papier, Tesa-Film. Hast du das, mein ... Ja, das wurde geil eingepackt. Da wurde sogar doppelt getütert, da wurde sogar mit Luftpolsterfolie gearbeitet. Das hat jetzt einen Platz. Ach so, habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt. Ähm, der Dings, der demente Podcast. Ja, wirklich, ey. Der komplett verwirrte Podcast. Ehrlich. Wirklich verwirrt und verwahrlost. Wir meinten das ernst. Äh, ja, jedenfalls, ja, ich hasse so Sachen einpacken, also, oder manchmal Stresses. Manchmal zum Beispiel Weihnachten fange ich auch an, also einzupacken. Ich kaufe so eine Rolle Geschenkpapier, dann reicht's nicht. Und dann muss der Rest dann in so eine Tüte irgendwie mitgeliefert werden. Dann kaufst du noch eine Rolle Geschenkpapier. Ja, ich kaufe aber alle meine Geschenke am 24. Dezember und dann habe ich offensichtlich keine Zeit mehr. Ja. Und dann, ja, dann muss der Rest dann in der Tüte überreicht werden, aber, ja, meine Verwandten tun dann trotzdem so, als würden sie sich freuen. Sieht natürlich richtig räudig aus, ah, mein Geschenk kommt in so eine Aldi-Tüte daher, aber. Ich dachte immer, ich kann kein ADHS haben, weil wir beide so unterschiedlich sind. Weil ich bin gar nicht Team, am 24. kommen die Geschenke, sondern ich fange im August an, Geschenke zu sammeln und ich packe die auch direkt ein. Soweit ich es gekauft habe, wird es eingepackt, wird draufgeschrieben für so und so Merry Christmas. Und deswegen dachte ich immer, ich kann doch kein ADHS haben, weil ich bin so anders als Kai. Kannst du auch machen. Aber ich bin nicht nur mit ADHS diagnostiziert worden, sondern auch mit einer Zwangsstörung. Ja, okay. Und ich glaube, das ist meine Zwangsstörung. Da kommt nämlich die Zwangsstörung ins Spiel. Ja, okay. Ja, die habe ich nicht. Ja. Bei mir, also wirklich, ich glaube, es wurde noch nie ein Weihnachtsgeschenk am 23. gekauft. Das ist wirklich, das ist eine Sache für den 24. Dezember. Das kann nicht sein. Ja. Das ist unfassbar. Ich nehme mir schon oft vor, so am 1. Dezember, dieses Jahr wird es anders. Ich habe drei Wochen, ich habe vier Wochen Zeit. Aber das Ding ist, ich gehe halt so durch mein Leben und ich denke mir voll oft, das wäre voll das gute Geschenk. Und dann entweder schreibe ich es mir auf oder ich kaufe es halt und dann ist es ein Geschenk für den nächsten Geburtstag oder das nächste Weihnacht. Solche Sachen denke ich aber nicht. Wenn ich ein gutes Geschenk sehe, dann ist in meinem Kopf dieser Affe, der Tambourin spielt. Und dann weiß er schon. Aber du musst dir diesen Affen merken. Ja. Nee, das ist. Du hörst nicht die ganze Zeit Stimmen, du hörst nur diesen Affen die ganze Zeit. Ja. Dieser Duracell-Hase und der so ein Trummeltrummelt oder so was. Ja. Der ist so in meinem Schädel. Ja. Aber jedenfalls, an sich finde ich die Idee, so Sachen einzupacken, eigentlich ganz nett. Und ich dachte so, ah, in so Geschäften stehen doch auch manchmal zur Weihnachtszeit da so Menschen, die dir das einpacken, oder? Und dann dachte ich, könnte man sich da nicht auch mal so Sachen, die man sich so selbst schenken will, einfach mal so einpacken? Kann man nicht auch mal mit einem Liter Milch da hingehen? Ich glaube schon. Das wäre doch irgendwie witzig, oder? Eine Freundin von mir war mal so über Weihnachten Einpackerin, hat da richtig gutes Geld verdient. Die hat da richtig ausgecashed, ey. Und jetzt wohnt sie in London im Haus. Nee, sie hatte dann so richtig kaputte Finger am Ende des Jahres. Mein Gott. Ja, wirklich. Auch wie die armen Kids in Bangladesch, die irgendwas nähen, ey. Vom ganzen Tesafilm abreißen, weißt du. Ja, auf dieser scharfen Kante, wo ich halt immer so, ratscht sich immer was ab, ja. Ja. Ach, die arme Frau, ey, die macht richtig was durch, ey. Das ist ein hartes Schicksal. Ich habe letztes Weihnachten wieder 30 Geschenke einpacken müssen, ey. Ich habe jetzt keine Fingerabdrücke mehr. Ja. Ja. Ja, das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Da lasse ich mir mal so Unsinn einpacken oder so. Auch Sachen, die schwer einzupacken sind. Wie wäre es, wenn du erstmal Geschenke kaufst, nicht am letzten Tag, nicht an Weihnachten selber, ey. Na, okay. Ich lasse so eine Bananenstaule, lass mir einpacken. Das kannst du ja auch verschenken. Ja. Schenke den Leuten einfach Lebensmittel, müssen sie nicht mehr einkaufen gehen. Genau, ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Als ich ein kleines Kind war, habe ich mal Zahnbürsten und Zahnpasta an meine Verwandten verschenkt. Da fanden das alle süß. Ja. Da war ich ja ein kleiner Junge, ja. Ich finde es aber jetzt auch gar nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich fände es okay. Ja, das wäre so ein bisschen ironisch, witzig vielleicht oder so. Besser als nichts. Weißt du, was lustig wäre, wenn man so ein Gastgeber wäre, also es wäre letztens was für dich vielleicht gewesen, und wenn man dann so Goodiebags verteilt, dann kriegt jeder so eine kleine Zahnbürste. Das wäre irgendwie, das wäre witzig. Das fände ich auch süß, aber das kann ich mir nicht leisten. Nee. Oder Zahnpasta in diesen Travel-Größen. Ja. Ja. Travel-Größen einfach beste. So. Aber jetzt. Die Nummer eins. Der besten Dinge in Tüten. Chips. Okay. Okay. Thema vorbei, ja. Chips. Chips sind so geil. Ich liebe Chips. Was sind die besten, was sind die schlechtesten Chips? Fanny Frisch Ungarisch Beste. Ich liebe auch, ich bin auch ein großer Verfechter von Kesselchips, Salt & Vinegar. Ja. Nee. Wer Essig über seine Chips gießt, ist meiner Meinung nach, der gehört in den Knast und ausgepeitscht. Wirklich? Ja, ist ekelhaft, finde ich. Okay. Ja. Kesselchips mit Rosmarin hingegen. Chefskiss. Ja, okay. Und ich habe vor ein paar Jahren Trüffel für mich entdeckt und jetzt gibt es auch oft so Trüffelchips. Oh, reiche Lady. Und das ist schon richtig geil, ja. Richtig geil. Die reiche Werkstudentin, kommen Trüffelchips. Wenn ich mir einmal die Chips für zwei Euro gönne, dann weißt du, das ist ein guter Tag, ey. Für zwei Euro? Kriegt man da schon so Trüffelchips? Teilweise, ja. Die Packung ist klein, sag ich, wie es ist. Ah, okay, ja. Da wird auch mit Travel-Größen gearbeitet. Trüffelchips, okay. Ja, die habe ich noch nicht probiert. Aber die würde ich empfehlen? Ja, die sind echt lecker. Trüffel? Ich habe noch nie einen Trüffelgeist, ich kenne nur Trüffel Mayo. Ja, schmeckt wie das, nur als Chip. Okay, da steige ich aber sowas von ein. Bin ich wieder mit dabei. Bucht mich, um eure Produkte zu beschreiben. So wie Mayo, nur aus Kartoffeln. Okay, ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel zu sagen, oder? Chips, halt einfach der Klassiker. Pringles hingegen kommen nicht in Tüten. Und ist auch nicht so geil. Ach, echt? Ja. Ich finde, die räudigsten Chips auf der ganzen Welt, und ich glaube, da mache ich mir jetzt richtig Feinde, potenziell auch dich, finde ich, sind Pringles Sour Cream. Ja, nee. Finde ich abartig auf der Welt, ey. Auf keinen Fall. Also, es sind auf keinen Fall die räudigsten. Doch. Auf keinen Fall. Was gibt es denn noch räudiger als das? Ja, es gibt doch so viele räudige Dreckschips. Also, wenn du halt irgend so eine Drecks, keine Ahnung, Ja-Eigenmarke dann nimmst. Nein, die sind mittlerweile richtig gut geworden. Ja, aber es gibt so manche, die wirklich richtig scheiße schmecken. Ja, die schmecken dann halt einfach nach nix. Aber Sour Cream Pringles, also, ich würde mir die jetzt... Die stinken wie Sau. Ja, aber die kann man schon mal machen. Ich finde zum Beispiel so Barbecue Chips, das ist so gar nicht mein Fall zum Beispiel. Oh, krass. Ja, aber wegen Fleisch, oder? Ich weiß nicht, also, es schmeckt ja nicht nach Fleisch, schmeckt ja Barbecue Soße, oder? Ja, aber Barbecue Soße... Barbecue Soße hingegen mag ich gerne auf so Burgern und so was. Ah, wirklich? Ja. Ja, gut. Geh mir so alle die Themen jetzt aus, schade. Ich will jetzt was falten mit meinem Notizblatt. Ich hab noch ein bisschen was, ja? Okay, dann hau raus. Und zwar, hast du vielleicht diesen NDA-Podcast gehört? Nee. Ah, okay, ist auch an dir vorbeigegangen, ja. Ich hör nur noch 100 Stunden. Ich brauch eine neue Podcast-Partnerin, ey. Können einfach nur noch Köter und Chips reden. Toll, möchtest du was dazu sagen? Aber das, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Podcast ist, der dich auch interessieren würde, weil es ging um diese, um so eine Influencerin, die früher bei Germany's Next Topmodel war, die Selbstmord begangen hat. Was? Kennst du, hast du nicht mitbekommen? Diese, Kessia Lehmann oder so, wie hieß die so, Lehmann? Lehnhardt? Kessia Lehnhardt? Wann hat die Selbstmord begangen? Vor ein paar Jahren. Okay. Und die waren mit Jérôme Boateng zusammen. Ach doch, da hat mich letztens jemand schon drauf angesprochen. Da wurde mir schon richtig viel von erzählt. Ich krieg wirklich gar nichts mit, außer von anderen Leuten. Ja doch, ich kenn das doch. Ich hab's nicht selber gehört, aber ich hab viel gehört. Ja, würde ich mal eine Empfehlung für aussprechen. Also es ist ein interessanter Podcast. Das ist, glaub ich, noch nicht zu Ende. Ja, und dann gehen die so ihre Nachrichten durch und ihr Handy und so, ne? Ja, so Audiobotschaften gehen viel durch, aber es werden auch so Nachrichten vorgelesen und solche Sachen und das ist schon ziemlich interessant gewesen. Ja, und Jérôme Boateng anscheinend ein Huchensohn gewesen, oder? Also viele Sachen sind natürlich jetzt noch nicht so 100% geklärt und so. Und man, also ganz viele Sachen sind unklar, aber das hört sich schon alles richtig, richtig schlimm an. Also das ist wirklich, und ich fand es krass, dass es nicht so groß durch die Medien ging, und ich hab das nur so vereinzelt hier und da mal mitbekommen. Auch damals, als es passiert ist, weil es ist schon ein paar Jahre her, dass die sich umgebracht hatten, dass dieses ganze Drama da war und so. Und also wenn man sich den Podcast da anhört und das eine Story nach der anderen denkt, man denkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Warum, wie kann das sein, dass das irgendwie so eine große, mächtige Person aus der Fußballwelt irgendwie beschäftigt und so. Und dass das nicht viel größere Wellen geschlagen hat. Also das, ich, äh, man hört sich das an und ist teilweise einfach nur die ganze Zeit schockiert und so. Krass. Aber würde ich empfehlen. Also, äh, kann man gut nebenbei hören und ein bisschen abhaten. Ich wusste nur nicht, dass der so high ist, der Podcast. NDA, ja. NDA. Ich wollte eigentlich die neue deutsche Abendunterhaltung hören. NDA. Verstehe. Okay, aber also dann, ja, können wir uns da leider auch nicht drüber unterhalten. Aber da auf jeden Fall ein Tipp von mir. Hör ich das mal an, falls du es noch nicht getan hast. Das ist so von Spiegel, äh, ein Podcast und kommt wöchentlich raus. Und wenn man ein Spiegel-Abo hat, kann man schon alle Folgen hören. Habe ich natürlich nicht. Ich bin natürlich wieder der, äh, der kostenlose User. Ja. Deswegen, mal schauen, wie es so zu Ende geht demnächst. Okay. Und jetzt noch ein paar Sachen over, under und properly rated. Bianca, over, under oder properly rated? Twister. Was ist das, das Spiel? Ja. Overrated. Overrated. Früher haben wir das immer so auf Partys gespielt mit unseren Crushes. Die erste Sexualität in Kontakt. Damit wir uns berühren. Ja. Aber eigentlich Quatsch, fasst euch doch einfach an. Das war aber mit dem Finger in den Partner ausgerutscht. So sehen, huch. Voll komisch, das so vorzuschlagen. Lass mal Twister spielen. So, hä, geht's noch? Hä, ich finde das ist voll die gute Idee. Ich finde, du kannst das eigentlich mal wieder interpretieren. Ne, inter einführen. Mal wieder. Ja, nächsten Geburtstag machen wir hier Twister. Ne, machen wir nicht. Okay, schade. Ich freue mich auch so, ich kann mich gar nicht erinnern, mit wem habe ich den Twister gespielt, frage ich mich halt auch. Früher hatten das doch alle irgendwie zu Hause, oder? Voll komisch. Ich finde, das ist properly rated, ganz im Ernst. Es ist ein kultiges Spiel. Ja, es hat so einen Nostalgie-Faktor, ne? Aber stimmt, mit Erwachsenen hat man das noch nie gespielt, ey. Ich hoffe nicht. Darf, ich spiele das mal demnächst. Besoffen und nackt, ey. Ganz im Ernst. Twister besoffen und nackt. Strip Twister einfach. Strip Twister. Das ist ein guter Folgentitel, ey. Strip Twister, ja. Okay, over, under, or properly rated. Haustelefone. Wo sind die eigentlich hin? Underrated. Das ist mal wieder, oder? Das ist so underrated. Als ich hier in die Wohnung gezogen bin und meinen ersten eigenen WLAN-Vertrag abschließen musste, du kriegst ja immer eine Telefonnummer mit. Wenn es DSL ist. Und ich habe so lange überlegt, mir ein scheiß Telefon zu kaufen und habe es dann nicht gemacht, weil ich dachte, wen soll ich denn anrufen? Ja. Und dann hängst du so im Bett und spielst so mit diesem gedrehten Kabel und so, ha, und was machst du gerade? Nee, ha, du legst auf. Ja, das mal wieder. Aber ich kann da ja nicht kostenlos Handynummern anrufen und sonst hat ja auch niemand ein Haustelefon. Alle deine Freunde müssen sich auch alle Haustelefone beschaffen. Das wäre schon cool, können wir kostenlos telefonieren die ganze Zeit. Ja, oder man telefoniert über WhatsApp. Okay. Schrebergärten. Underrated. Ich hätte so gerne Schrebergärten, aber die sind anscheinend sauteuer. Ja, meine Eltern haben einen. Ist der sauteuer? Ist halt im Ruhrpott, also da ist alles günstiger als hier, aber ich glaube, es ist nicht ganz günstig. Der gehört denen ja auch nicht, oder? Das ist auch Miete, ne? Nee, die Miete, ja. Kann einem einer gehören? Bestimmt ja, theoretisch ja. Die kann alles gehören. Ich hätte so gerne einen Schrebergarten, oder? Oder du, hol du dir doch mal einen Schrebergarten. Schrebergarten. Ja, wovon soll ich denn Schrebergarten? Du wurdest am Arsch von Hamburg, da werden die wohl auch nicht so teuer sein. Ja, aber Schrebergärten sind ja nur mitten in der Stadt, die sind ja nicht am Stadtrand, wo eh schon viel Land ist. Doch, doch. Also bei uns gibt es keine Schrebergärten. In Harburg gibt es ja auch Schrebergärten. Bei uns gibt es nur Wälder. Echte. Oder man Wald. Bei uns gibt es echten Garten. Aber ich, ja, ich fände das so süß, dass man so am Wochenende dann so einen kleinen Garten mit so einem Häuschen und dann grillt man da und dann hat man Spaß. Ja, dann wird Schwester ausgepackt. Witzig ausgezogen. Tannenduftspender, diese Tannenbäumchen. Overrated, das riecht immer scheiße. Ja, ne, braucht kein Mensch. Okay, und was habe ich hier aufgeschrieben? Schneeballschlachten, weil jetzt gerade Sommer wird. Underrated. Eigentlich ganz funny. Ja, kann man auch als Erwachsener machen, oder? Es gibt immer diesen Mythos, dass man das nicht machen darf, weil sonst kriegt einer einen Stein ins Auge und erblindet. Achso, ich dachte, der Mythos sei, man soll nicht den gelben Schnee nehmen. Das ist auch ein Mythos, Kai. Du kannst gerne weiter in den gelben Schnee essen. Okay, sonst gibt es noch was zu besprechen? Ich weiß nicht. Ach komm, über die Nudeln reden wir nächstes Mal. Über die tollen. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu reden. Okay, dann lass was. Ich kann es auch jetzt sagen. Bianca, tolle Nudeln. Ich habe mir Barilla-Nudeln leisten können, weil die im Angebot waren. Ich hätte das Original noch nie gemacht. Ich kenne Nudeln nur in 49 Cent. Krass. Ja, ich dachte, ich gönne mir mal die Angebots-Barillas. Dann habe ich mir gerade einen Nudelauflauf gemacht und man schmeckt leider den Unterschied. Wie geil war es? Die Konsistenz. Ach, sieben. Sieben. Die Konsistenz. Also ich werde schon damit leben können, weiterhin die Billo-Nudeln zu kaufen. Aber es ist schon leicht anders. Ich glaube, besonders bei Spaghetti werde ich es merken. Ich hätte gesagt, Nudeln ist so ein Ding, wo man ruhig die günstige Variante kaufen kann. Scheißegal. Ja, ich finde, es kommt darauf an, was man drauf isst. Wenn man jetzt einen Nudelauflauf macht, dann ist es wirklich scheißegal. Das gibt doch keinen, ja. Ja, aber wenn man dann so, weißt du, so eine Spaghetti mit so einer Soße, die nur drei Zutaten hat, macht, dann finde ich, wäre es auch schon cool, wenn die Nudeln auch lecker sind. Ja. Ich habe letztens ein Pesto gemacht, auf das ich mich seit Wochen gefreut habe, so ein Bärlauch-Pesto. Ich dachte die ganze Zeit, das Rezept ist so geil, weil ich habe so eine App, die gibt dir jeden Tag ein neues Rezept quasi. Und ich habe mir das abgespeichert und dachte, das klingt so lecker. Da habe ich mich dann eine Stunde in die Küche gestellt und dieses Pesto gemacht, habe ich es gegessen und dachte, das ist das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Danke an die App, ey. Ja. Und wer ist schuld? Tim Melzer. Nee. Nee, okay, jemand anderes. Hast du mitbekommen, dass es bei Henssler, wie heißt der nochmal? Steffen. Steffen Henssler, dass er geschimmelt hat und verschimmelt hat. Fisch. Nein. Ja. Krass. Schimmelt in der Küche und vergammelte Fischreste. Oh mein Gott. Tim Henssler, krieg dich ein, Mann. Steffen. Steffen. Steffen Melzer. Ich habe zum Geburtstag einen Gutschein gekriegt für ein Essen in der Bullerei. Ah ja, ich war da noch nie. Aber ich habe so eine Bekannte, die da gerne hingeht. Ja, ist schon teuer. Ja? Ja. Also die haben so eine Lunchkarte, die ist relativ günstig, aber da gibt es halt auch nicht super geile, also das ist halt so normal, da gibt es halt so Burger, Pommes, Salat, bla 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 und dann gibt es halt noch die Abendkarte und die ist schon, also die ist nicht unbezahlbar oder so, aber das ist schon teurer als wie ich normalerweise essen gehe. Und dann gibt es auch noch so ein Tasting-Menü, wie es halt in so krassen Restaurants gibt und da steht der Preis nicht bei, den muss man erfragen. Das ist wie eine Galerie. Obwohl auch die Preise an den Bildern nicht stehen, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe halt das Geschenk gekriegt und da will ich natürlich schon, also das, was, ich habe halt mir die Karte angeguckt und das, was ich essen, was ich am liebsten essen würde, ist schon mit das teuerste, was es da gibt. Ah, was ist es? Äh, Rippchen sind es. In der Bullerei wird auch viel mit Fleisch gearbeitet. Ja. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass die, also ich weiß ja, wer dann am Ende bezahlt und dann denke ich mir so, ah, es tut mir schon ein bisschen leid, aber andererseits wurde mir das zum Geburtstag geschenkt, also eigentlich darf ich bestellen, was ich will. Eben. Ja. Also gönn dir. Ja. Okay. Wie heißt nochmal die Folge heute? Twister? Sexy Twister? Nee. Hast du noch gesagt, nackt? Doch, Sexy Twister, aber wir können auch machen ADHS hoch zwei oder so. Ah, können wir auch machen, ja. Super ADHS. Oder was, was du hattest. Weiß ich auch nicht mehr. Scheiße. Ja, komm. Ich höre mir die Scheiße eh nochmal an. Okay. Okay, Leute. Tschüss. Ihr seid ja bis zum Ende durchgehalten, ich kann es kaum glauben. Was geht ab? Sucht euch einen Job, Mann. Sucht euch ein Hobby. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.